Die Mini-Glöcklis Die Mini-Glöcklis Die Mini-Glöcklis Die Mini-Glöcklis Die Mini-Glöcklis Die noch nicht hier sind und möchten mitspielen Dann kommen jetzt alle Alle, die Lust haben zum mitspielen Jetzt dürfen wir auf die Bühne kommen Ja, liebes Ruhlikum, das ist ja immer so Wir haben angefangen mit der Mini-Glöckliprobe Vor x Jahren, wo wir gemerkt haben Wir haben selber viel Nachwuchs Da haben wir gedacht, wieso dürfen die anderen nicht Und dann haben wir immer eine Mini-Glöckliprobe gemacht Jetzt sehen wir so alle Gäbe Da vorne, die ein Gewängchen haben, das ist so eigener Nachwuchs, so kann man auch Vereinsförderung machen Oder, das funktioniert Und dann haben wir aber auch immer noch andere Mini-Glöcklis Die da sind, jetzt würden wir da schnell Schauen So, also Jetzt darf ich alle Ginelle da rein haben, das haben wir schon recht gut Alle Ginelle da, alle Pauke da Wissen wir den Rhythmus noch? Jetzt brauchen wir euer liebes Publikum Jetzt machen wir nämlich etwas miteinander Und wir brauchen euer für das auch Und ihr müsst mega laut mitmachen Könnt ihr es noch? Also meine Damen und Herren Es können ganz ruhig sein, so hört man nämlich Nicht die kleinen nicht so gut Sensationell Sensationell Also, wissen wir noch? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mini-Glöckli Und dann sind wir dran, dann müsst ihr mega laut rufen Mini-Glöckli Mini-Glöckli Und den rufen wir Wer rufen wir? Sind wir Genau, also, wir probieren jetzt mal 1, 2, 3, 4 Mini-Glöckli 4 Ja, wir müssen viele Leute rufen da hinten Gleichzeitig, sie müssen auch mal machen Also nochmal Wenn das Publikum lüter ist als ihr In dem Paar Düsseldorf sind ja viele Leute Komm, wir machen nochmal 3, 4 Mini-Glöckli Mini-Glöckli Sind wir Mini-Glöckli Sind wir So, Publikum Jetzt habt ihr abgelassen Da muss Leute sein Da muss wirklich Leute sein Komm, wir machen nochmal 3, 4 Mini-Glöckli Sind wir Mini-Glöckli Sind wir Yes, das kommt gut Und jetzt erst machen wir aber noch So, mit den Instrumenten Da zweimal Mini-Glöckli 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 Und dann sind wir da Und dann sind wir da Und dann machen wir das ein paar Mal durch Ist gut? Sind wir parat? Mini-Glöckli Yes Du tust schon hoch Komm, ich bin hier hoch Hätts noch mehr Kinder, die möchten mitmachen? Die Instrumente hier haben, die möchten mitmachen Aber runterkommen Also 1, 2 Ihr müsst aber laut aufhauen, gell? 3 4 Mini-Glöckli 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 Sind wir Mini-Glöckli Mini-Glöckli Jetzt laut Mini-Glöckli Mini-Glöckli Sind wir Mini-Glöckli Sind wir Nochmal, komm dann nochmal Nochmal Aber dann fangen wir nochmal an Hey, vorhin sind noch viele Leute gewesen Da geht noch Leute Jetzt brauchen wir richtig Support von euch Dann kommen wir Das sind jetzt unsere Starren Das ist unsere Nachwuchs Die kommen alle später von euch Verein Also Nochmal Machen wir nochmal Hauen wir mal so richtig auf die Pauke drauf Ist gut, Damian Ready Also 3 4 Mini-Glöckli Mini-Glöckli Sind wir Mini-Glöckli 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 Sind wir Mini-Glöckli sind wir Mini-Glöckli sind wir Mini-Glöckli sind wir Super Einen riesen Applaus für unsere Mini-Glöckli Meine Damen und Herren Ja, jetzt ist es ja so Wir haben ja keine Kindergucken in diesem Sinne Das können wir einfach nicht leisten, weil wir für das wie die Leute gegangen haben Aber das ist so unser Angebot, das wir haben Dass alle Mini-Glöcklis, die Lust haben Dörfen am Glöckli auch mitspielen Und jetzt hat es hier im Publikum zwei, drei so ein wenig grössere Mini-Glöcklis die vielleicht einfach Jung-Glöcklis möchten werden Jetzt Am 28. März wäre unsere neue Mitglieder Abend Da hat es zwei, drei die dann sicher kommen Also wenn ein Instrument spielt kommen Am 28. März für unser Probelokal Wir suchen ein bisschen Personen Das kommt gut Wir suchen überall eigentlich Verstärkung Weil man weiss ja nicht, wer noch aufhört Aber ich glaube, es hört niemand auf, oder? Da sind wir sehr, gehört niemand auf Jetzt machen wir noch einmal unseren Rümpfuss Und dann machen wir wieder ein bisschen Musik Und dann Danke vielmal, dass wir auch hier sind Trotz dem Regenwetter Kommen wir auch noch einmal Machen wir noch einmal mit Machen wir noch einmal mit Machen wir noch einmal mit Hey, weisst was ist gut Wenn der Mappi passiert wäre wäre er über Schlagzeug reingekommen Also kommen wir noch einmal Machen wir noch einmal mit Glöcklis Drei Eine Lberly Dekker hoch Mami COT Einer Einer We Nic Done Und F에 dé Einer 때문에 N 말고 D Einer Untertitelung des ZDF, 2020